Ich will keinen Krieg. Nur einer wird getötet. Lass du ihn persönlich verschwinden. Kuckuck. Ich muss mich von der Bedrohung freimachen. Sonst kann ich mich nicht um euch kümmern. Um Sie. Meine Jungs, stellen sich bei den Wallen auf und gewinnen. Sie treten in die Gemeinderäte und Unternehmen ein mit neuen Gesichtern und neuen Methoden. Wie bekämpft man so einen Feind? Ich will euch die neue Kollegin vorstellen. Paola Romano. Guten Tag. Du sitzt in einem Zug, der über Alieri zu Provenzano führt. Und ich will einsteigen. Oder ich lass ihn entgleisen. Ist das eine Erpressung? Durch mich hat eure Ruhe, eure Sicherheit Risse bekommen. Das wird euch erschüttern. Koste es, was es wolle. est du mir, es wird euch noch, was es dich erinnert. Ich will euch auch noch. Ich will euch noch ein Sch 무엇. Ich will euch noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020